heute gibt es die food champions rewards und ich habe dann in der letzten weekend league ist doch geschafft etwas weiter zu kommen und zwar bis zu dieser liga exakt dieser nicht holz 8 gold 3 ist es geworden haben zwei player fix aber wir holen uns erstmal die division rivals boni ab und das ist dann wahrscheinlich wieder rang drei so wie ich mich kenne wir haben anderen rang geholt nehmen wir wieder option 3 da haben wir wieder little bit more aber drei packs mehr nehmen wir auf jeden fall hier die untauschbaren welcher rang war es rang 2 immerhin immerhin ja skill wert nicht zu beachten und wir machen erst mal die sechs päckchen hier auf starten hier was haben wir hier noch okay wir stehen ganz links und gehen von ganz links nach ganz rechts und gold pack 5k pack was erwartet man ach gott nein ist der weste martich gott das sandus und usulini hinten dran ist super rodrigo daversa haben wir den tradable noch ein gold pack aber ich bin ohne witz ich bin echt gespannt auf meine player picks muss ich ehrlich sagen ach gott ach gott ach gott ach gott non-drag karte na gut ist eh nur ein seltenes item drin und das ist die manager league aus mexiko auf jeden fall ein brauchbares item für eine seltene karte aus diesem pack ok ich ziehe erstmal den controller von ladekabel weg so seltene gold pack aber zwei player picks sonst ist ein gutes co tv was die guten spieler angeht mann und ante sind da und ja ein von denen auch ok ein von denen zu ziehen ja ja hätte ich nichts dagegen so in tradable ein seltene gold pack noch ein dann zweimal seltenes spieler pack vielleicht gibt es aus dem seltenen spieler pack ein walkout weil hier fahren wir nicht mal durch fahren wir nicht mal rein arjen robben arjen hätte sich jetzt ben gefreut er läuft abends mit dem robbentrick herum zumindest ist er mal mit dem robbentrick herumgelaufen westen bro westen tauschbar nehmen wir ohne ea taxes noch die 600 mit so jetzt nehmen wir doch das zweite hier und jetzt push dich bitte hand ich mal rein wir fahren in diesem tag nicht mal rein carasco oh saggott das denn hier ah menon ok oh atal ach Gott der ist noch so nix wert ja ach gut trainable bitte hallo danke ronk ah abschlusspreis jetzt man nose pack und bitte bitte gib mir ein walkout das copa spieler hinten dran kann noch was sein rojas 78 von racing paraguay ja oh gott oh gott ein watschlick ja immerhin 82 alles spc bruder warte es ist doch mein hulk da seiner leger mit seiner krassen bilanz junge ne also den gebe ich nicht ab der bleibt da uaita auch untauschbar weg so kommen wir zum spannenden teil des videos food champions gold 3 alter zweimal mega pack ein seltenes spieler pack zwei spieler bei spezialitems und 30.000 münzen alles tradeable und da will ich jetzt mal was sehen lecker mani oder kante kichera oder gorecka gibt mir wenigstens einen von denen bitte hier sechs chancen und um einen von denen zu bekommen jetzt da rein da alter nächstes mal spiele ich wieder auf silber 1 kriegen wir einen besseren der aju was kann denn der sonst noch so ein 89 äh 79 pace aber auch zweite liga england oh gott ist aber immerhin beweglich der pandev hat keinen pace ganz ehrlich ganz ehrlich ich nehme den da noch mit weil es noch der halbwegs spielbare von beiden von den allen dreien ist also ganz ehrlich ich habe heute schon ein paar rewards videos geschaut als ich nach hause gekommen bin und es hatte niemand was gutes wirklich niemand deswegen sind wir vielleicht hier mal gut dabei dafür habe ich hier im elfmeter schießt den arsch aufgerissen mit meinem guten messi da das ist jetzt schon also da kann ich einen rotaune mitnehmen habe ich auch noch so noch oh pick mit Endeverein ja denkt dran euch zu registrieren macht super viel spaß gibt gute rewards trotz wie man es eben schon gesehen hat bei den player picks zugang jetzt einlösen wir sind registriert geht morgen wieder los und es geht schon wieder los ja drei packs zweimal megapack einmal seltene spieler pack ja wir gehen ins erste megapack tradable da rein jetzt wir fahren aber erstmal rein england lm rashford italien tv sirigu ne donnarumma immerhin immerhin um jean luigi donnarumma nico schulz zwei doppelte bitte wovon legende ei 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 auch abschlusspreis auch abschlusspreis ist jetzt nicht so das prickelnde megapack komm schon soll aber ganz ganz schnell hier durch aber ganz ganz schnell durch fangen aber wieder rein messi messi ach Gott Banega ist das denn hier bist du denn hier ach du großer gott dafür spielst du auf gold 3 scheiße oi 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 so seltene spieler pack letztes pack für heute wahrscheinlich außer ich finde noch irgendeine spc die man machen kann ich meine damenbock aber wir fahren rein ach dscheko ne pjanic kann noch was hinten dran sein kann noch was hinten dran sein aber es ist halt schon extrem schlecht wunderbar ach du scheiße sp c putter ach die können wir für 1 5 da draufhauen auf dem markt dann eventuell gucke ich mal vielleicht kann man an dem team noch was ändern dann hier asensio 1 3 auch raus da den halk für 700 tschüss tschüss wir sehen uns morgen weekend ligge öhle und real talk zur nationalmannschaft und ihrem grandiosen spiel gegen spanien was wirklich ein sehr sehr wundervolles und ja wie soll man sagen herzzerreißendes spiel war herzzerreißendes das wäre ja dramatisch wundervolles und glorreiches spiel was auch den deutschen kader immens gepusht hat und auch ja den dfb endlich mal darauf aufmerksam gemacht hat dass man vielleicht über jogi löw nachdenken könnte aber bleibt ja trotzdem naja gut was willst du machen also bis zum nächsten mal haut sie rein und ciao ciao